Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Spielwarenkatalog von GOB kommt dieses Jahr ganz dicht her. Hier drin hat es nicht nur eine Riesenauswahl von tollen Angeboten, sondern auch einen Wunschzettel, wo man die besonders heissen Wünsche ausschneiden und einkleben kann. Ich wünsche mir Barbie. Und ich drobe in eine Verlegung. Und ich eine Parkgarage. Und ich ein Saisokspiel. Langsam, langsam, eins nach dem anderen. Es kommt Harry dran. Ja. Ja. So. So. Mhm. Ja. Beim Coop hat es alles, was man sich wünschen kann. Beim Zusammenstellen des Kinderspielsachenkatalogs haben wir nicht nur auf originelle Ideen und modernste Technik geschaut, sondern wie immer auch Wert gelegt auf die Qualität und die Sicherheit der Spielsachen. Und natürlich auf den Preis. Denn schliesslich soll man nicht nur wünschen können, sondern sich die Wünsche auch erfüllen können. Die allerschönsten Wünsche gehen garantiert für die Gewinner vom Coop Kinderwettbewerb in Erfüllung. Einfach den Teilnahmekoupon auf dem Wünsch-Tir-Was-Katalog richtig ausfüllen und einschicken. Es gibt Reisen ins Disney World in Florida und in Euro Disney nach Paris zu gewinnen. Gewinnen kann man gerade nochmal bei uns, und zwar mit einer Neuheit von Nestlé, die jetzt auch in unseren Läden erhältlich ist. Das Nesquik Nummer 1 unter den Schoggetränken wird neu in einem Beutel und nicht mehr in der Dose verkauft. Das heisst, erstens weniger Belastung für die Umwelt und zweitens weniger Belastung für das Portemonnaie. Das neue Nesquik ist nämlich günstiger im Vergleich mit der alten Packung. Zusammen mit dem Start des neuen Disney-Films «The Lion King» in den Schweizer Kino findet in unseren Läden ein Malwettbewerb statt. Es geht darum, die Hauptfiguren des Films möglichst wirklichkeitsgerecht oder möglichst fantasievoll anzumalen. Ab Januar kann man dann seine Kunstwerke in die Urnen legen, die in den Coop-Läden aufgestellt werden. Der erste Preis ist eine unvergessliche Reise mit der Familie auf Paris ins Euro-Disney. Und ausserdem kann man eine fantastische Mickey-Fülle oder einen Lion King aus Plüsch gewinnen. Mitmachen lohnt sich also. Es freut uns, dass wir Ihnen nach dem Dritt-Welt-Café und dem Honig Cooperation jetzt Schoggi von Coop und Max Havelar anbieten können. Diese beiden Schoggi-Tafeln «Olé» und «Crément» enthalten Zucker und Gakko von Produzenten aus der Dritten Welt, die die Max Havelar-Stiftung ausgewählt hat. Dank garantierten Mindestabnahmepreisen, teilweise Vorfinanzierung der Ernte und mindestens einjährigen Abnahmeverträge kommen die Produzenten zu einem existenzsichernden Einkommen. Sie selber kommen selbstverständlich trotzdem zu ihrem gewohnten Schoggi-Genuss. Beide Produkte werden bei uns und in bewährter Schweizer Qualität hergestellt. Auch im Marke-Feister zeigen wir Ihnen wieder zwei Produkte von höchster Qualität, die sich bewährt haben. Mastro Lorenzo. Tasse um Tasse der Genuss frischen, echten Espressos. Von Jakobs Mastro Lorenzo. Hier Espresso. Privatissimo. Mastro Lorenzo, der Espresso, den Sie für sich bestimmt schon lange entdeckt haben. Den ganzen Tag morgenfrisch gepflegt? Mit Carefree kein Problem. Dieses morgenfrisch gepflegte Gefühl. Mit Carefree habe ich es den ganzen Tag lang. Jeden Tag. Denn Carefree-Slipeinlagen bleiben einfach besser in Form und sind angenehm zu tragen. So fühle ich mich auch abends noch morgenfrisch gepflegt. Mit Carefree-Slipeinlagen. Sie sehen, auch das Beste für Körperpflege kommen Sie bei GOB über. Sparen ist zwar nicht neu und auch nicht besonders originell. Weil wir aber wissen, dass die Mehrheit von unseren Zuschauern sich immer brennend für dieses Thema interessiert, hier wieder ein paar interessante Aktionsangebote von dieser Woche. Bei GOB gibt es zum Beispiel 20 Mini-Röseli für nur 7,90. 100 Gramm Hinderschenke geschnitten gibt es für nur 1,75 und das Kilo Gruyère Sûrschwa vorverpackt für 16,40. Verschiedene Artikel zum Guezli-Bachen sind jetzt günstiger. Das Kilo GOB-Weissmehl zum Beispiel kostet nur 1,50. Das Kilo Schweizer Boulet gibt es für nur 5,80. Und für 29 Franken können Sie Ihrem Kind eine grosse Freude mit dem Baby-Lion-King machen. Hier noch der GOB-Preisabschlag. Die Wärndli-Chaponais kostet von jetzt an nur noch 2,95. Im GOB-Restaurant wird bodenständige Kosten auf Tiste. Ein Bernhlteller mit Salzherdöpfel und Sauerkraut für nur 9 Franken. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss vom 45. GOB-Studio dieses Jahres. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und morgen viel Vergnügen beim Einkaufen in unseren Läden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.